Der Hengst-Tempelhüter war neben Perfectionist XX Dampfros und Pythagoras der wichtigste Hauptbeschäler des preußischen Hauptgestütz Trakenen. Er war für die Zucht derart bedeutend, dass in Trakenen eine Bronze-Statue mit seinem Abbild aufgestellt wurde. Leben Der dunkelbraune Hengst-Tempelhüter war der Sohn des Hauptbeschälers Perfectionist XX und der Stute Teichrose von Genesai. Von 1909 bis 1915 war Tempelhüter Landbeschäler in Braunsberg, danach von 1916 bis 1931 Hauptbeschäler in Trakenen. Er deckte in Trakenen 495 Stuten, die 333 lebende Fohlen hinterließen, von denen 59 Trakener Mutterstuten und 65 Beschäler wurden. Außerdem hinterließ er 115 Auktionspferde. Tempelhüter hatte im Alter von 17 Jahren ein Stockmaß von 159 Zentimeter. Auffallend war seine beträchtliche Rumpflänge von 166 Zentimeter. Damit kam er dem Zuchtziel, ein Pferd zu schaffen, das über Meerboden steht, sehr entgegen. Rezeption Eine Bronze-Statue Tempelhüters des Bildhauers Reinhold Kübert wurde 1932 anlässlich des 200-jährigen Bestehens des Gestütes vor dem Landsdolmeisterhaus Trakenen aufgestellt. 1944 wurde sie von der Roten Armee als Siegestrophäe nach Moskau verbracht und dort später vor dem Landwirtschaftsministerium Fakultät für Tierzucht aufgestellt. 1989, 90. beschädigten Raudis das Denkmal, danach zerstörte ein Brand die Bronze Glasur. Unter anderem durch Spenden von Pferdefreunden aus den USA wurden inzwischen die Schäden behoben. Jetzt hat Tempelhüter einen sichereren Platz im Innern des Landwirtschaftsmuseums erhalten. 1974 brachte ein russischer Tieflader einen Originalabguss des bronzenen Tempelhüter nach Pferden an der Aller. Heute steht dieser Abguss des Tempelhüter noch immer vor dem dortigen Deutschen Pferdemuseum. Seit dem 29. September 2013 steht eine anhand von Lichtbildern angefertigte Rekonstruktion des Denkmales in Originalgröße auf dessen altem Standort, dem Sockel vor dem Landsdolmeisterhaus in Trakenen.